Irish Dance Reloaded 2017, das ist ein einzigartiger Querschnitt durch die beliebtesten und bekanntesten Tänze der Welt. Wie ein roter Faden zieht sich der irische Stepptanz, klassisch und modern interpretiert, durch den Abend von Night of the Dance am 4. Jänner 2017 um 19.30 Uhr auf der Bühne der Johann Pelz Halle. Kartenvorverkauf im Kultur- und Tourismusbüro am Stetten, in allen oberösterreichischen und niederösterreichischen Raiffeisenbanken, bei den Ö-Ticket-Verkaufsstellen sowie direkt bei Schröder-Konzerte unter www.kd-schröder.at. Wir verlosen 5x2 VIP-Karten. Einfach eine E-Mail an office-at-m4-tv.at oder Sie rufen uns an unter 07472 65265.